was geht ab liebe freunde mal ein deutsches video hier wolfenstein 2 new colors german edition and nichts and und das spiel ist nicht unterstützt pro ton ist standard kein spezifisches und ja play ich hoffe euch geht es allen gut schön mal normal mit euch zu kommunizieren nicht auf englisch ja wir schauen mal wie es läuft das war auch nicht überspringen kann so optionen grafik wie die qualität das maximum mein leben 800 p und ja lasing ist an erweiterung können wir schauen ist also alles auf maximum was so geht keine ahnung ja ich würde sagen testen wir mal fortsetzen ja 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 ich will alles der vorgebe es geht mal bei so einem einsatz dabei nein aber ich bin mir sicher ich wäre da ziemlich gut Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020